Moin moin liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, dieses Mal mit dem Update für Februar. Ja, und da ich Geburtstag hatte und ja noch was anderes Schönes ansteht, wird das heute natürlich mal ein, nicht nur besonderes Video, sondern auch ein, ja, eventuell ein bisschen längeres. Aber egal, nach dem Intro legen wir los. Ja, und zwar, bevor ich jetzt hier loslege mit dem, was alles in die Sammlung gewandert ist, diesen Monat, möchte ich mich auch hier an der Stelle nochmal bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung mit den 1.500 Abonnenten. Ich hatte ja ein schönes Gewinnspiel oder eine Auslosung gemacht. Ja, und da haben sich natürlich auch genug Leute gemeldet. Das war halt in diesem, ne, vielen Dank für eure Unterstützung Video versteckt, weil ich dachte, ja, haben wir dann wieder gemacht, Gewinnspiel. Ist das so blöd, denn melden sich dann nachher tonnenweise Leute, die einfach nur dann schnell mal auf Abo gehen, ne, sich das angucken. Und so sind natürlich viele Abonnenten dabei. Waren auch ein paar Leute dabei, die dann halt nicht diesen Tag genutzt haben. Ne, die habe ich dann halt auch hier nicht mehr berücksichtigt. Wobei Leute wie Dave oder die anderen Freaks sich hier bewusst außen vorgenommen haben. Ne, weil sonst, bin ich auch ganz ehrlich, wäre es ein bisschen blöd. Nachher gewinnt einer von denen was und dann ist das für die Abonnenten natürlich Mist. So, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Man hört's. Da wird eine Mu auch gleich ganz Kürre. Da kommen wir aber nach dem Update-Part zu. Da sieht man, das Geklacker, das hat ihn richtig Kürre gemacht. Ja, Mimu, ich mache ja mit dem Update hin. So, und zwar möchte ich hier mal anfangen. Jetzt traue ich mich ja kaum, er guckt so böse. Ähm, ich hatte jetzt ja neulich schon das Harry-Potter-Spiel mal so ein bisschen vorgestellt. Ne, wir haben uns auch noch zwei weitere Spiele geholt diesen Monat. Ähm, einmal dieses Herr-der-Ringe-Spiel. Das ist der Herr-der-Ringe, das Adventure-Book-Game. Ähm, ich halte es nur kurz in die Kamera. Ne, da werden wir sicherlich, wenn wir dann ein paar Runden gespielt haben, sind wir bisher noch nicht groß zugekommen. Äh, werde ich sicherlich auch mal das vorstellen. Passt ja auch hier noch ganz gut mit der Herr-der-Ringe-Lizenz. Inato guckt sich das auch gleich mal an, weil Herr-der-Ringe ist natürlich... Ja, und dann, da war ich richtig heiß drauf, weil ich wollte das, äh, ja, Grundspiel eigentlich mal spielen, habe ich gesehen, das ist im Angebot und hier natürlich auch mit einer schönen Film-Lizenz. Zombie-Side-Night of the Living Dead. Auch ein Spiel, äh, man sieht, das ist ein bisschen ein größeres Ding hier, weil da auch Miniaturen und so dabei sind. Und, ne, hier haben wir auch schon eine Runde gespielt, ne, hat Spaß gemacht, ne, war halt nur die erste Szene, wie man das Haus verbarrikadieren muss. Ja, wenn wir da mal, wenn ich da, oh, wir da mal ein paar Runden mehr gespielt haben, werde ich natürlich auch das gerne mal vorstellen. So, jetzt aber zum Punkt, der die meisten interessiert, nicht die Auslosung, ähm, was so diesen Monat in die Sammlung gewandert ist. Und ja, das ist nicht wenig, weil eine Geburtstag, man kriegt natürlich auch Kohle. Ähm, ja, fange ich erst mal an, ne, mit allem, was man so beim großen, bösen A bestellt hat. Ähm, ja, da haben wir eine Aktion gehabt, das war, ich glaube, 4 für 30, oder war das jetzt 4 für 22, ich bin mir nicht sicher. Vor allem bin ich mir gerade nicht mehr sicher, welche 4 das waren. Ähm, einmal hier Silence von Martin Scorsese, äh, habe ich auch schon gesehen. Ähm, klasse Film, natürlich sehr ruhig erzählt, aber, ja, der setzt sich halt auch wirklich sehr seriös und interessant mit dem Thema Religiosität auseinander und Religion. Das historische Setting ist natürlich auch sehr, sehr, ja, spannend gemacht. Und, ja, absolut erstklassig gespielter Film, ne, also hier, Andrew Garfield, wer an ihm, äh, zweifelt, dass er ein guter Schauspieler ist, hier beweist das spätestens nochmal, dass er wirklich top ist. Hat er ja nicht nur in, ähm, Mel Gibson, Sex or Rich gemacht. Also, wirklich ein Top-Darsteller, der oft und underrated ist. Und der Film, Bombe ausgestattet, bewegend, teilweise auch schockierend, aber wirklich, erstes Ahnung. Dann, ähm, ja, so ein Relikt der 90er, da stürzen Leute fast. Das ist heute hier, Leute stürzen, Katzen, jagen durch die Gegend. Höh, wer weiß, was noch so kommt. Ähm, Spawn, so ein richtig schönes Relikt der 90er, sehe ich mal wieder mit keinem Wendecover, ist ja auch Warner. Ähm, natürlich ist der Film von den Effekten nicht gut gealtert, aber ich war immer schon Spawn, äh, ja, zugeneigt. Und ja, auch wenn die HBO Animated Series natürlich wesentlich besser ist, der Film war für mich als Kind oder junger Jugendlicher absolut geiles Ding. Und da musste er jetzt auch nochmal in die Sammlung wandern. Ich hab ihn jetzt noch nicht wieder gesehen, ich bin mal gespannt bei einem Rewatch, wie er da standhält. Ja, dann, äh, da komm ich später, glaub ich, nochmal zu, ganz kurz, ja, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug ist natürlich, also Airplane. Absolut genialer Spoof auf, ähm, diese ganzen Katastrophen und Flugzeugfilme, die da in den 70ern und frühen 80ern teilweise, äh, gekommen sind und absolut Bombe. Dann bin ich da Autopilot. So, und jetzt weiß ich nicht, welcher der beiden tatsächlich da drin war. Ähm, einmal hatte ich dann noch, äh, Hugo Cabret geholt, auch von Martin Scorsese, auch richtig cooler Film, einfach weil der wirklich, äh, sich mit dem Thema Filmmagie und auch Filmhistorie auseinandersetzt. Und, ja, ist halt, wie man's von Scorsese kennt, klasse gemacht, absolut großartiges, ja, Fantasy-Drama, kann man sagen. Natürlich starke Oliver Twist-Anleihen an vielen Stellen, ähm, ja, aber befasst sich wirklich mit der Magie des Kinos und ist tatsächlich auch mal, ja, doch, kann man so sagen, ein Stück weit auch ein magisches Ereignis. Sehr cool. Und, ja, nach solchen, bei so einem Film, der natürlich auch hier ein bisschen moderne Tricktechnik und so nutzt, ein bisschen, ähm, man merkt aber auch hier einfach, Scorsese ist da ein Meister seines Fachs. Und wenn er sich über die Marvel-Filme beschwert, ich bin ganz ehrlich, die sind sicherlich spektakulärer, aber das Ding hier, das zeigt halt auch, dass man moderne, coole Filme drehen kann, die auch wirklich Kinomagie versprühen, was, ja, Scorsese ja dem Durchschnitts-Blockbuster heute vorwirft, was die so nicht ganz so tun. Und, ja, so ein Film zeigt aber auch, was er damit meint und wo der Unterschied da liegt. Also, absolut geil. Hat mir super gefallen. Ja, und dann noch was, wie gesagt, kann auch sein, dass der bei diesen 5, äh, 2, äh, 4 für gedünst dabei war. Matrix Resurrections. Ich hab ihn ja schon gesehen, ähm, fand ihn, ja, unterhaltsam. Also, ich weiß nicht, ich weiß, oder ich kann nachvollziehen, warum viele ihn so fanden. Aber mir hat diese Mega-Meta-Ebene, die wir hier dann natürlich wieder mit drin hatten, na, dass, äh, Wachowski da quasi in den Film ein bisschen mit der Story eingebaut hat, wie sie genötigt wurde, was sich genötigt fühlt, diese Sequel selber zu machen und vielleicht auch ein bisschen bewusst an eine Wand zu fahren, was die Fan-Erwartung angeht. Einfach damit, dass dort und begraben ist und nicht, ähm, wie so viele andere Franchises, äh, ja, ausgebuddelt, reanimiert und missbraucht wird. Also, Chapeau, was das angeht. Ich fand ihn aber auch an sich unterhaltsam gemacht. Also, deswegen, den Hass kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie manche haben. Also, ich kann es irgendwo verstehen, aber... Ja, dann, der hatte mich einfach mal interessiert, äh, hier, Berlin Alexanderplatz. Äh, ein, äh, 3-Stunden-Drama aus Deutschland, das halt dieses klassische, ja, Buch, ähm, ist ja ein Literaturklassiker, Berlin Alexanderplatz, der sich ja eigentlich eher mit diesem Thema Klassenkampf und Klassenungerechtigkeit auseinandersetzt. Ähm, hier in die Moderne, äh, übertragen und halt mit einer Flüchtlingsgeschichte als Background. Ist tatsächlich interessant gemacht und ich, ich muss sagen, der fang, äh, fing richtig Bombe an. Ähm, zwischenzeitlich mit der Laufzeit hat er mich zwischendurch immer mal wieder leicht verloren. Ist ja trotzdem ein wirklich gut gemachter deutscher Film, ähm, der auch klasse gespielt ist und, ja, halt, äh, die eigentlichen Themen des Romans nochmal erweitert und gut modernisiert und, ja, wirklich klasse gespielt ist, auch optisch tatsächlich, äh, ja, sich vom deutschen Einheitsbrei abhebt. Also das hat mir auch wirklich gut gefallen. Hatte man manchmal so das Gefühl, ne, das kennen wir ja von anderen größeren, großen Regisseuren aus dem Ausland, was optisch manchmal umgesetzt wurde. Also auch von daher ein guter, moderner deutscher Film, ne, als Drama, also, ja, kann man machen. So, hier kam ja auch, müsste schon gekommen sein, kam auch, ja, äh, das Review, also das in Schriftform zu The Creator. Ja, ich war ja mächtig gespannt, wie der Film ist und, ja, also er hat mich nicht enttäuscht. Gareth Edwards, ähm, hat ja auch schon mit Star Wars Rogue One, mit Godzilla, mit Monsters, Monsters, die sagt, glaube ich, äh, wirklich eine, für, aus meiner Sicht, wirklich gute Biografie oder Filmografie bisher gehabt und hier, natürlich ist der Film nicht unendlich kreativ und macht alles komplett neu, aber, naja, ist schon ein Science-Fiction-Blockbuster, ne, der nicht 200, 300 Millionen kostet, ne, trotzdem nicht billig war und gut, wirklich, wirklich gute Effekte hat, ne, der, ne, auch bekannte Versatzstücke gut kombiniert und, ja, unter dem Strich sehr unterhaltsam ist, durchaus auch Stoff zum Nachriegen an, äh, ja, anbietet und, ja, wirklich ein schöner, moderner Science-Fiction-Blockbuster, der halt auch, ähm, eine ganze Nummer was anderes ist als diese, ja, 0815-Hau-drauf-Sci-Fi-Crap, den wir manchmal jetzt kriegen, ne, also hier sowas wie Dune natürlich ausgenommen. Gibt immer sehr, sehr gute Science-Fiction-Filme, auch sehr, sehr viele moderne Science-Fiction-Filme, die top sind, von Interstellar über Dune, ne, über Blade Runner 2049, was 49? 40, hm, naja, ne, der reiht sich da aber auch meiner Ansicht nach ein, dass er audiovisuell, ne, top ist, inhaltlich wirklich sehr interessant, aber trotzdem auch genug Spektakel bietet, ne, nicht so ein Crap wie, Hauptsache, ne, viel Boom und Explosion und sowas, das macht Science-Fiction ja eigentlich auch gar nicht so aus. Ja, weiter ging's denn, gab's noch so eine Aktion, da hat man zugeschlagen, und zwar zwei, ja, Steelbooks, Mediabooks, sonst was für ein Gedöns, äh, zusammen für einen, äh, ja, günstigeren Preis. Da hab ich einmal hier zugeschlagen bei The Outsiders, ähm, ne, ich dachte auch erst, dass es die Limited Edition, die Edition, die war's denn nicht, ähm, ist halt hier The Complete Novel, also die Langfassung des Films, ähm, ja, tatsächlich, äh, 4K Blu-Ray, das ist mir dann später auch aufgefallen, dass da halt hier, äh, zwei, beide Fassungen in 4K vorliegen und keine Blu-Ray, halb so wild, man hat ja inzwischen, äh, mit der PS5 einen Player, der das spielen kann. Hat mir gut gefallen, der Film hatte mich immer schon interessiert, weil von Francis Ford Coppola, absolut Star besetzt, und wenn man hier mal die Namen reinhält, ähm, ähm, könnt ihr mal kurz gucken, ich blende euch jetzt nur her, ja, also, ne, C. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Rob Lowe, Diane Lane, Emilio Estevez, Tom Cruise, Leif Garrett, das ist natürlich eine Latte an Namen, dann von Francis Ford Coppola, ähm, ja, und ich mochte seinen Rumble-Fisch damals sehr, sehr gerne, und der basiert ja auch auf einem Buch, äh, von der Autorin, äh, die die Grundlage hierfür geschrieben hat, deswegen hatte mich der immer schon mal interessiert, und jetzt hab ich zugeschlagen, und ja, hat mir auch wirklich gut gefallen, der Film. Natürlich einiges so ein bisschen klischeehaft, und vielleicht auch romantisch verklärt, aus heutiger Sicht, aber trotzdem cooles Jugenddrama. Ja, und dann, äh, das andere, das Stilbuch zu Supernova. Es war tatsächlich ein Film, der hatte mich auch, als er rausgekommen ist, um 2000 rum immer schon mal interessiert, damals auf DVD nie geholt, und hatte mich jetzt einfach mal gereizt, mir den auch mal zu holen, und das, ja, meine Frau und ich uns den angucken konnten, und ja, ist halt solider, Sci-Fi, ne, Horror-Film, also mit Horror-Einschlägen, so. Kann man nicht viel zu sagen, ist jetzt kein vergessener Klassiker, aber auch nicht so schlecht, wie er teilweise zu erscheinen gemacht wurde. Kann man sich angucken, ist ganz unterhaltsam, ist halt aber nichts Weltbewegendes. Es geht noch ordentlich weiter. Ich hab's angedroht. Dann war auch ganz wichtig, dass man den nochmal, weil den hab ich nicht mal auf DVD, oder haben wir nicht mal auf DVD, hab ich damals irgendwann mal im Fernsehen gesehen, und wir irgendwann mal auf Kassette aufgenommen. Herr, ich bin ja durchaus dem absolut, ab und an mal dem, ja, dementsprechenden Musical nicht abgeneigt, und Herr fand ich damals cool. Auch gut besetzt, unter anderem mit Treat Williams und Beverly D'Angelo, und, ja, ist ein absolutes Kult-Musical. Ich muss jetzt sagen, natürlich nicht jeder Song und auch die Choreografie, wobei Choreografie ein bisschen schon passt zur Hippie-Bewegung, so ein bisschen, ne, Freigeist, ne, und nicht so perfekt durchchoreografiert. Die Songs sind nicht alle absolute Burner, aber da sind natürlich ein paar Knaller drin, wie, ne, Age of Aquarius, Herr, und natürlich am Ende Let the Sunshine Inn. Und die ganze Geschichte, die auch erzählt wird, ist, ne, ne, manchmal an einigen Stellen vielleicht ein bisschen naiv, aber durchaus unterhaltsam gemacht, und, ja, ich mochte den Film halt immer schon. Nicht mein Lieblingsmusical, aber definitiv ein recht cooles, und jetzt, lange Zeit gab es ihn ja nur in Mediabook, und ich mag zwar Mediabooks, aber, ich bin inzwischen auch an einem Punkt, ich muss nicht alles in Mediabook haben, und als ich dann gesehen habe, der kommt in der Armory, oder in der Keepcase, nochmal raus, gleich zuschlagen. Vor allem, weil der dann ja hier auch nicht so einen Saupreis hat, wie zum Beispiel manche neue Disney-Produktionen oder so. Ne, Indiana Jones, Dial of Destiny, ich fand ihn ja gar nicht schlecht, jetzt fliegen gleich wieder die Tomaten, ähm, aber ich bin auch ehrlich, 20 Euro gebe ich dafür nicht aus, da warte ich bis der günstige ist. So, da man im Bereich Horror ja vieles nachgeholt hat, oder abgegradet hat inzwischen, so ein paar andere, äh, Dinger, die man sich dann irgendwo mal immer schon auf DVD geholt hat, wollte ich auch weiterhin upgraden, ne, inzwischen kann man bei einigen Actionfilmen ansitzen, und da bot sich die Steven Seagal Collection an, hier aus, äh, Great Britain, also aus UK, ähm, sind fünf Filme drin, ne, Alarmstufe Rot 1 und 2, äh, Heart to Kill, Nico, und, ähm, Einsame Entscheidungen, Nico und Einsame Entscheidungen sogar auf Deutsch, die anderen nur auf Englisch, stört mich nicht, und Mona hat an den Filmen eh kein Interesse, von daher, passte das, und ja, wie gesagt, für insgesamt, die Box war glaube ich 18 Euro, oder so, ne, für die fünf Filme kann man nichts sagen, und ich glaube, zu den meisten muss man nichts sagen, absolute Klassiker von Steven Seagal, keine Meisterwerke, außer vielleicht, Alarmstufe Rot 1 ist schon richtig, richtig gut, aber alles coole Filme, ne, die alle wirklich gut sind, und, ja, wirklich, also, bei Steven Seagal brauchen wir ehrlich gesagt auch nur die Frühwerke, der Rest ist so, mh, aber die Frühwerke, die sind schon noch sehr geil. So, ich höre hier irgendwo Minato wieder rumgucken, dann, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich wollte ihn schon Ewigkeiten mal sehen, und jetzt kam er ja auch raus, hatte ich dann auch vorbestellt, beziehungsweise, ja, doch vorbestellt, kam er so schon im Januar, aber so, dass ich das nicht mehr im Update reinbringen konnte, Pieping Tom, ich bin echt mal gespannt, ist ja auch ein massiver Einfluss auf viele Slasher und Jali gewesen, und soll ja wirklich ein großartiger Film sein, Augen der Angst. Ich bin mal richtig gespannt, bin leider noch dazu nicht gekommen, ihn zu gucken. Ja, und dann, ja, und dann, ja, und dann, auch ein Ding, als der, als ich gesehen habe, dass der jetzt auf Blu-ray rauskommt, da habe ich mich riesig gefreut, weil, den habe ich irgendwann mal, hier in meiner Wut, wie ich vier Zentner, ähm, auf DVD gekauft, gehabt, als, unter dem Titel, The Stranger and the Gunfighter, von IMS, damals noch die DVD, und ich habe nicht viel erwartet und der Film war, der hat mir einfach damals richtig Bombe gefallen, also ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, aber wie man Cleve als Western-Held oder Anti-Held geht sowieso immer und hier, ja, ist schon ziemlich, ziemlich geil, es ist einfach richtig geil, also der hat mir damals so viel Spaß gemacht, den wollte ich auch unbedingt nochmal abgegraben haben, hätte ich auch nie erwartet, dass der mal so schnell auf Blu-ray erscheint, das ist ihm hier auch gleich zugegriffen, ich fand den Bombe, den Film, ich freue mich auf eine weitere Sichtung, so, und dann sind wir gleich beim bösen A durch, ich habe ja gesagt, das dauert heute ein bisschen länger, dafür ist der Watchlist-Part etwas kürzer, weil ich jetzt auch vieles hier geguckt hatte und dann auch gleich hier mit erwähne, so, dann haben wir Lars von Triergeister, Mona hat ja bei ihrem, ich gucke gerade mal zu ihr rüber, sie sitzt da, gerade so begeistert, der Typ nimmt wieder auf, sie hat das ja auf ihrem kleinen Kanal, Shailana, schon mal angeboxt, sie macht das nur ein bisschen mit Musik unterlegt und dann stumm, das sind so ein paar Editionen, die wir hier haben, unboxed, und ja, Lars von Trier, von Geister, hat mich immer schon interessiert, weil, ja, mit dem Krankenhaus, ein bisschen Mischung aus Drama, Mystery, Horror und anderen Versatzstücken, das Ding ist lange Zeit ja nicht sauber, vernünftig zu bekommen, jetzt mit der Blu-ray, sogar mit der dritten Staffel mit drin, und ja, Lars von Trier ist schon spezieller, ich bin aber echt mal gespannt, noch nicht gesehen, riesig gespannt, bin jetzt auch schon vorgewarnt, weil der gute Timo ja in seinem Review gesagt hat, die Blu-Qualität, wahrscheinlich, die erste Staffel ist auch von 94, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, in dieser Zeit, als Lars von Trier diese ganze Dogma-Regeln, Dogma 95, da wohl schon mit umgesetzt hat, dass man also bewusst sich vielen Mainstream-Trends widersetzt hat, ich bin mal gespannt, Bildqualität ist zwar nicht unwichtig, aber ist von Trier, glaube ich, schon so gewollt, und ich freue mich riesig, aber bisher auch noch nichts dazu gekommen, so, dann ging es weiter, ja, wie gesagt, Geburtstag, da hat man natürlich ein bisschen mehr Kohle gekriegt, ja, mal ein bisschen zugeschlagen, weil es da teilweise recht günstig war, wenn unser Saturn, da ist ja fast nichts mehr los, aber, ne, 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 ist es mal da gewesen, dann gleich ein paar Sachen, die ich eh auf der Einkaufsliste hatte, ähm, auch mal da schnell geholt, ne, um denen zu zeigen, ein paar Blu-Rays brauchen wir bei euch, es gibt Leute, die die noch in der Stadt kaufen, Legenden der Leidenschaft, ne, ich weiß, viele belächeln, das vielleicht so, ja, Brad Pitt, Anthony Quinn, Aidan Quinn, Anthony Hopkins und ach, das klingt schon Legenden der Leidenschaft, so nach Romantik und so. Heißt im Englischen Legends of the Fall, also des Herbstes und eigentlich schon passender. Es geht hier eigentlich um eine Familie, die dann halt auch zur Zeit der Prohibition die jüngeren Söhne dann auch mit dem Alkoholschmuggel da in Kontakt kommen. Ist tatsächlich zwar klar ein Drama, aber weitaus weniger schnulzig, als man bei Legenden der Leidenschaft, Denkmark. Also es ist ein wirklich, wirklich guter Film. Muss ihn jetzt mal wieder gucken, aber der hat mich damals, als ich ihn mir auf DVD geholt habe, richtig überrascht, dass das halt nicht so eine Schnulz ist, sondern wirklich top Ding. Dann habe ich noch nicht gesehen, aber auch hier wieder actionmäßig. Da kommt ja auch demnächst ein Video mit den Actionhelden. Das wird ein bisschen gestaffelter als ursprünglich gedacht, aber erkläre ich dann. Cash Truck mit Jason Steffen, weil ich mag Jason Steffen und der Film soll tatsächlich auch gut sein von Guy Ritchie. Dachte ich mir, nur für kleinen Taler kann man den auch mal mitnehmen. Und hier noch mal einen kleinen Klassiker mit Arnie, Red Heat. Lag da auch für kleines Geld rum. Hat man den natürlich auch noch mal mitgenommen. Arnie, Belushi und Red Heat ist schon unterhaltsam. So, auch etwas, das hatte ich tatsächlich auch schon im Januar bestellt, war dann halt, dauert manchmal ein bisschen, bis das kommt. Vor allem, wenn man dann da, dass der Zoll das erstmal überprüfen muss, wie das mit dem, ich muss sagen, bei Vinegar Syndrome, so geil ich das Label finde, ähm, es ist halt meistens zollrechtlich, die müssen halt erstmal gucken, dann muss man den erstmal, ne, schicken, was hat das Ganze gekostet, weil das irgendwie nicht vernünftig ausgewiesen wird von Vinegar Syndrome. Und dann verzögert sich das alles immer. Aber egal. Und da gab es einmal, einfach, ähm, damit ich nicht mehr auf diese alte, ähm, Hongkong DVD angewiesen bin, weil wie gesagt, ich habe zwar noch einen Import Player, aber, äh, den kann ich natürlich nicht hier schön, äh, im Wohnzimmer, wo wir einen großen Fernseher haben, anschließen und dann im Büro, in dem kleinen, auch dem kleineren das zu gucken. Naja. Untold Story 2. Kommt auch noch ein Review zu, ne, hier natürlich wieder schön in einem Schuber. Ah, ich habe die Blu-ray hier andersrum drin, Ne. Bup. Ist halt schön hier in einem Schuber und wenn man das ranholt, dann sieht man, das ist auch wirklich cool gemacht, dass der einzelne Part sich so ein bisschen absetzen durch den Glanzlack. Das ist creepy. Ja. Kommt dann beim Review mehr dazu. Ich mochte ihn damals, ähm, und, ja, wollte ich auch mal upgraden, damit man einfach nochmal vernünftig jederzeit einfach sehen kann und nicht immer auf den Import Player ausweichen muss. Dann, ich war auch ein bisschen am Hadern, holt man ihn, holt man ihn nicht. Ach, Scheiß drauf. Ein bisschen blutigen Crap braucht man mal, ne, da stört Minato, Mona, wenn sie hier reinkommt. Redneck Zombies. Was das soll alles durchgehen lässt. Aber naja, Redneck Zombies, äh, ist halt absoluter Zombie-Splatter-Trash, äh, der untersten Kajüte, ne, aber, je nach Stimmung ist er halt so blöd, dass er schon wieder geil ist oder halt einfach nur noch blöd. Ich muss auf die richtige Stimmung warten, dann gucke ich ihn mir an und dann gibt's auch nochmal ein Review. Und dann, die Filme kannte ich tatsächlich noch nicht, da habe ich ja den ersten bisher nur geguckt, äh, kann doch schon das Review, der erste hat mir wirklich gut gefallen, ist ein bisschen sehr fragwürdig von der Grundthematik und, äh, vor allem der Stimmung, die er aufbaut. Ähm, ähm, aber, naja, Dings, Winnegas Syndrome hat die komplette Angel-Reihe, ähm, ja, ich sehe schon, voll verkackt, äh, die komplette Angel-Reihe auf Blu-ray rausgebracht und, äh, jetzt wird auch ein Schuh draus. Richtig schön mit den, äh, Covern hier, ne, dass das ein Hollywood ergibt. Ähm, Angel, Avenging Angel und Angel 3. Der Grund, warum ich das anders gehalten habe, das haben sie richtig cool gemacht, jetzt drehe ich das mal um. So wird dann, egal was es ist, es ist halt, Buchstaben Salat Angel. Also es ist cool gemacht. Ähm, naja, äh, hier sind alle drei, ne. Also der erste, es geht hier quasi um eine, ja, 15-Jährige, die, ne, quasi alleine lebt, das weiß halt nur keiner, weil ihre Mutter abgehauen ist, ihr Vater tot. Und ja, tagsüber Musterschülerin, abends Prostituierte. Mit 15. Naja, das Ding ist, das, äh, Leben in, äh, L.A. ist dann natürlich, ähm, na, auch so auf dem Strich, da rennen natürlich eine fröhliche Prostituierte rum, sehr viele Skurrile und, ach, liebenswürdig, äh, ja, chaotische Außenseiter. Ich sag ja, es ist ein bisschen 80er und ein bisschen fragwürdig. Ne, und natürlich ist da auch ein Killer, der die, äh, Prostituierten umbringt und Angel beschließt irgendwann, dass sie das Ganze selbst in die Hand nehmen möchte. Ne, ist, äh, nicht ganz so sleazy, wie es klingt, ist in erster Linie sehr viel 80er Charme vom Thriller her, aber der erste hat, hat Spaß gemacht. Es ist halt nur wirklich so, vielleicht auch so, gerade ein bisschen dieses, hm, 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 also hätte man das wirklich ernst aufgezogen als Milieustudie plus den Revenge-Plot, dann wäre das wahrscheinlich ein absolutes Meisterwerk in den richtigen Händen. So ist es halt campy 80er Jahre Crap, äh, der aber irgendwo charmant ist und Spaß macht. Also der erste zumindest. Die anderen beiden habe ich noch nicht gesehen, aber ich hatte echt, es war echt so dieses, als man die Handlung gesehen hat, dieses, das musst du geguckt haben, um es nachvollziehen zu können, was das für ist und hat mir tatsächlich gefallen, der erste. Naja, denn wir näher neigen uns dem Ende des, äh, Update-Parts. Ne, gab's, äh, bei Müller, man war ja in der Stadt, ne, na, da hatte ich dann, weil meine, äh, Frau mir ein bisschen Geld zum Geburtstag geschenkt hat, dachte auch, hier, bevor du da irgendwie, ähm, ja, ich dir irgendein Kram kaufe oder so, dann können wir, gebe ich dir Geld, dann kannst du dir was aussuchen, dann können wir auch zusammen gucken. Das endete dann hier drinnen, bei Müller. Da gibt's ja auch immer so schöne, äh, äh, 5 für 20 Aktionen, da hatten wir dann mal geguckt. Ähm, ja, da hat man einmal Clash of the Gods geholt, äh, chinesischer Fantasy-Film, ähm, die Effekte sind zwischen, ja, kann man machen, bis hin zu, oh, eine PS2-Videosequenz, also die Effekte, ist ja häufig bei chinesischen Filmen so, gerade bei Fantasy-Filmen, das Budget gibt's, und vielleicht die Technik, gibt's manchmal nicht ganz so her, was man da machen möchte, dazu auch noch sehr konfus, von der Handlung her, ähm, nicht ohne Unterhaltungswert, muss man sagen, also, wir haben den geguckt, konnten sich angucken, war durchaus unterhaltsam, ist natürlich, man muss schon ein Faible für Trash haben, ne, ist wahrscheinlich, eigentlich von der ganzen Art her, von der Grundidee sicherlich nicht als Trash gedacht, durch die Effektarbeit und die schauspielerischen Leistungen, ist das halt, gleiches gilt übrigens für Rats on a Train, noch ein chinesischer, äh, Klopper, ähm, der auch da mit drin war, aber, der Mona lacht schon, der war tatsächlich, der nimmt sich zwar einerseits schon recht ernst, ist CGI-technisch tatsächlich, ähm, gar nicht so katastrophal gemacht, also mit den Ratten, das geht überwiegend, je mehr es werden, umso generischer wird's natürlich, natürlich viele Probleme, die man häufig mit chinesischen Filmen hat, auch so ein bisschen Patriotismus und sowas, man merkt schon, das ist manchmal ein bisschen linientreu, aber, ja, es ist halt, äh, Train to Busan, ähm, mit Ratten, und, ja, insgesamt, muss ich aber sagen, hatte durchaus Unterhaltungswert, also, ich, ich hatte echt Angst, dass nach Motto, scheiß drauf, nimmst du jetzt mit, was das für ein Crap wird, aber, wir fanden ihn beide ganz unterhaltsam, also, kein Meisterwerk, nichts, was ein Tierhorror-Fan gesehen haben muss, aber, das Ding heißt Rats on a Train, das ist so wie, äh, Train to Busan fährt den Snakes on a Plane hinten rein, ne, und Samuel L. Jackson will damit auch nichts mehr zu tun haben, und sagt sich, Motherfucker, Auto hier, ähm, aber der ist tatsächlich, unterhaltsam, also, hätte ich nicht gedacht, ja, dann, ebenfalls noch mit drin, äh, Special Delivery, koreanischer Actionfilm, äh, na, die hatten ja ein paar andere Sachen noch, aber, da dachte ich mir, der klang noch mit am interessantesten, sah mit am interessantesten aus, kann ich nicht viel zu sagen, bin ich einfach mal gespannt, und dann hier auch zwei, äh, den ich vorher noch nicht gesehen hat, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, nicht mal im Fernsehen, ne, man kannte nur die ganzen Geschichten von, you can't handle the truth, ähm, eine Frage der Ehre, äh, also, inzwischen hab ich ihn gesehen, ähm, kommt auch bald noch ein schriftliches Review, ich kann nur schon mal so viel sagen, das ist natürlich ein absoluter Bombenfilm, ne, dass ich den als Fan von Gerichtsfilmen so noch nicht gesehen hatte, ist Bombe, und vor allem hier, kann man schon mal sagen, die schauspielerische Leistung, also Jack Nicholson, der braucht da nicht, äh, sonst wie viel mitspielen, ne, spielt ja eher eine kleinere Rolle, ähm, der braucht nur einmal einen richtigen Dialog, der, ähm, vollkommen on point ist, also allgemein, die Dialoge sind super geschrieben, sind on point, das Ganze ist spannend, ist auch ein richtig geiler Film, ich wusste, warum ich den unbedingt nachholen möchte, ja, und dann, äh, ne, hat das nicht ein Wendekover? Nein, hat's nicht, und dann ist, ja, nochmal ein schöner Thriller, mit Clint Eastwood, In the Line of Fire, auch ein wirklich cooler Film, spannender Thriller, ne, für, oder für 4 Euro, 20, kann man den mal mitnehmen, hm, so, und als letztes dann noch, das ist jetzt wirklich das Letzte, was das Update angeht, dann geht's gleich los mit dem Gewinnspiel, noch Boogie Pop and Others, ne, hier auch, ähm, tatsächlich wesentlich günstiger, als das bei Animoon drinne ist, bei Animoon kostet diese Box ja, ähm, ne, 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 Poster drinne, das brauche ich jetzt nicht ausklappen, ähm, ich glaube bei Animoon selbst, aber beim Label kostet das Ding, glaube ich, um die 80, 90 Euro bei Müller, das ist immer schön, die haben's dann irgendwann mal reingenommen ins Sortiment, keine Sau kauft's, und, ähm, ne, dann fliegen hier, fliegt hier Werbung von Animoon durch die Gegend, naja, dann steht's da halt bei Müller rum, äh, keiner kauft's, die haben's irgendwann mal dann auf 50 runtergesetzt gehabt, und, ist irgendwie nie geändert, und dann, naja, ne, ist hier auch noch so ein, hier, das ist ein Booklet, wenn man so ein Ding hier, ne, 80 Seiten, ne, es sind zwar auch viele Bilder drinne, das ist bei Animes, aber normal, dass man da, ne, Beschreibungen zu Charakteren hat, äh, Sketchzeichnungen und sowas, egal, ohne Scheiß, wär das sowas, so ein Ding hier, in Mediabooks drinne, ausnahmslos, mit Bildern, mit, äh, ne, Bonusmaterial und Gedöns, ich glaub, dem wird sich auch, äh, ja, dem würde sich auch das durchschnittliche Mediabook lohnen, das ist leider, bei vielen ja inzwischen, wirklich dieses, 16, Gebimselbamselstar, 16 Seiten, 20 Seiten, die Hälfte von Bildern, wenig Mehrwert, das find ich eigentlich immer schade, weil, deswegen bin ich auch inzwischen so, ich brauch nicht jeden Crap im Mediabook, aber gut, ne, bevor wir zum Watchlist-Part kommen, ne, der ist, wie gesagt, diesmal nicht ganz so lang, ich gucke, weil Minato da hinten liegt, also, ich habe, hier, drei, äh, Überraschungseier, Dinger drinne, da sind, zweimal, zehn, keine Ahnung, ob das jetzt die Zehner sind, zweimal zehn Namen drinne, und hier einmal neun, kommt wieder rein, wie man sieht, ich mache hier, Krach mit, und ich ziehe jetzt zwei davon, lese die Namen vor, halt ihr auch kurz in die Kamera, dass ihr seht, äh, dass ich hier, auch keinen ausgelassen habe, auch hier, ohne Schnitt, damit man mir hier nicht beschiss vorwerfen kann, war hier, ähm, na, und, ja, ein, Paket bleibt, sag ich mal drinne, und da geht es dann gleich, äh, oder nachher hier weiter, na, nach dem Watchlist Part, und dann sehen wir halt, wer gewonnen hat, so, also hier, haben wir Dennis Basso, es tut mir leid, Dennis, du hast leider nicht gewonnen, na, dann haben wir hier, wen haben wir hier, Chris, ach so, na, ich hoffe, das kann man halbwegs lesen, ich kann auch gleich erklären, was das mit so komischen Zahlen auf sich hat, die ich daneben geschrieben habe, so, dann haben wir hier, ähm, wie haben wir hier, Stuntman Bob, du hast leider auch nicht gewonnen, ne, du musst ja hier seine Richtigkeit haben, Optimus Prime, oder Grizzly, du hast leider auch nicht gewonnen, oder ihr, oder, man weiß ja auch manchmal nie genau, wer dahinter steht, so, Jan Eria, ne, du leider auch nicht, so, tup 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 tup, dann, Markus Terlinden, du hast leider auch nicht gewonnen, jetzt seht ihr mal, wie meine Schrift ist, das ist, kann euch vorstellen, wenn ich da mit meinen Teilnehmenden da irgendwo, äh, was ranschreibe, äh, wir haben auch noch Spaß, Lederchen, Olli, du leider auch nicht, und, wen haben wir hier, Heiko Thierry, äh, du leider auch nicht, so, und, der letzte aus dem links, Dark Angel, du hast leider auch nicht gewonnen, das war jetzt glaube ich, ne, war das die 9er, oder, ne, es war glaube ich eine 10er, ich muss hier nochmal kurz gucken, ja, hatte hier einer eine 10, ja, das hat nämlich den Hintergrund, während ich hier Dinge durch die Gegend schmeiße, ne, das war der 9er, glaube ich, ja, schmeißen wir hier mal rein, und zwar haben diese Zahlen, den Hintergrund, ich werde nämlich dann, gleich, nach dem Watchlist Part, ne, ähm, ein, Dings, äh, einen W10 werfen, und die Zahl, die denn bei demjenigen hier drauf steht, das wäre hier bei, Michael Mikulczak, wäre das, äh, du hast leider auch nicht gewonnen, wäre das mit der 7 der Sieg gewesen, muss hier ein bisschen aufpassen, ich lege das mal zur Seite, nicht, dass das hier, so, ich sehe hier schon, Björn, Björn Kramer müsste das sein, ja, Björn Kramer, du hast leider auch nicht gewonnen, ich finde das, ich dachte mir, es ist einfach schöner, das so zu machen, erst mal sieht so jeder, dass er definitiv mit da drinne war, und dabei war, und eine Chance hatte, und, ne, hier, wen haben wir da, Palm 75, du hast leider auch nicht gewonnen, haben wir hier den Vorteil, ähm, es ist halt auch nochmal, einfach, oder schöner, als wenn ich einfach einen Namen ziehe, und sage, du hast gewonnen, man muss ja ein bisschen versuchen, Spannung aufzubauen, wen haben wir denn hier, Benni, alter Hengst, Nummer 10, ne, du hast leider auch nicht gewonnen, so, wen haben wir hier, Nils Buhl, Buhl leider auch nicht, mal gucken, ne, die Jürgen Fee, Jürgen, du hast leider auch nicht gewonnen, ich sehe schon hier, Christian, Mr. Schrottielf, der Sieger der letzten Auslosung, bei den 1000 Abonnenten, Christian, tut mir leid, dieses Mal, kriegst du das Paketchen nicht, wenn wir mal gucken hier, jetzt haben wir hier, Sanctus Dominicus, Matthias, du hast leider auch nicht gewonnen, so, zwei Namen haben wir hier noch, einmal Banana Joe, du leider auch nicht, und, Japan Negro, recht junger Abo, oder neuer Abonnent noch, ne, du hast leider auch nicht gewonnen, so, das heißt, hier, ne, ich lege das mal hier wieder hin, ähm, sind jetzt, die, ich glaube, die zehn potenziellen Gewinner dabei, ich mache jetzt, gehe jetzt erstmal zum Watchlist Part über, und danach, ähm, ich, zeige die Namen natürlich auch immer, ne, dass ihr auch wisst, ja, hier wird nicht beschissen, ähm, und ja, nach dem Watchlist Part, geht es dann los mit dem Auswürfeln, ja, dann mal auf zum Watchlist Part, und zwar, äh, ich muss wieder mal wieder ein bisschen spieken, haben wir hier einmal, ich mache das jetzt auch ein bisschen kurz, kürzer an der Stelle, ähm, hatte ich Urban Legends 2, endlich mal geguckt, ne, den ersten kannte ich ja früher schon, den zweiten nie geschaut gehabt, und jetzt, ja, ich musste ja mal den britischen Blu-rays auch mal weitermachen, und ja, Urban Legends 2 war soweit ganz unterhaltsam, ist halt ein Teenie-Slasher, ne, um die Jahrtausendwende rum, ähm, macht Spaß, kann man sich durchaus anschauen, ohne, dass das jetzt wirklich was Weltbewegendes ist, was wirklich im Gedächtnis bleibt, aber, war ganz solide, und hat durchaus Spaß gemacht, dann, mit meiner Frau bei, ähm, Amazon Prime, tatsächlich Dead Zone Set geguckt, ne, und, ähm, ja, ähm, ja, was will man zu dem Film groß sagen, Prämisse ist nichts Weltbewegendes, ist halt klar, oh, Zombie-Apokalypse, die müssen da dann, äh, in so eine Zone rein, ist hier mit Michael J. White, und, naja, seine Kampftruppe, mit tollen Fancy Pants, Kampfanzügen, müssen da rein, überall Infizierte, und sollen da halt, ähm, was bergen für einen Impfstoff, wie gesagt, die Handlung ist nicht weltbewegend, aber das ist sowas, das, wenn man das cool macht, hat das eigentlich mal einen gewissen Funfaktor, aber, ah, es ist halt, ja, wirklich ein runtergekurbeltes C-Filmchen, ne, viel Testosteron geschwängert, ähm, aber nicht unbedingt im coolen, und spaßigen Sinne, und, ja, er ist halt günstig runtergekurbelt, ist jetzt nicht wirklich beschissen, der Film, aber, ja, ist halt sowas, das guckt man, und, ich hab den Film vor anderthalb Wochen gesehen, eine Woche, ich bin ein bisschen hinterher mit der Watchlist, ähm, ich hab grad noch hingekriegt, wie er heißt, dass Michael J. White mitspielt, und das ist ja auch immer schlimm, wenn ein Film denn nicht mal so ist, dass man, aufregen kann man sich über den nicht, er ist jetzt nicht grundbeschissen, aber er ist halt so, guckt man, hat man schon nur 20 Mal, oder 100 Mal solche Filme gesehen, die besser waren, und vergisst es halt, das ist ja manchmal für Filme sogar noch schlimmer, als wenn sie wirklich einfach nur scheiße sind, dass man sich aufregen kann, ja, dann tatsächlich Burning geguckt, da hatte ich mir ja das Mediabook letztes Mal auf der Börse geholt, und, uh, das ist schon, sagen wir mal, ein schwieriges Thema, also wirklich tatsächlich ein schwieriges Thema, der Film ist großartig gefilmt, er ist großartig gespielt, ähm, er hat auch eine wirklich dichte Mystery-Atmosphäre, und wie sich das Ganze Stück für Stück entwickelt, da, das hat schon was, das hat schon wirklich was, kann da auch wieder tonnenweise Sachen reininterpretieren, und, ne, immer wieder hinterfragen, was man da gerade gesehen hat, in der Hinsicht ist der Film richtig Bombe, ne, und, es ist halt so ein, ja, arthaus, leicht arthausig angehauchtes, Mystery-Thriller-Drama-Ding, was, ich sag mal, eigentlich komplett, wirklich großartig ist, wollen wir aber wieder zum Punkt, es ist natürlich ein sehr großer Slow-Burn, und, ich muss mir vielleicht nochmal angucken, ist ja gerade bei solchen Slow-Burns manchmal so, ähm, dass sie vielleicht bei einer zweiten Sichtung, noch wieder ein paar Facetten, dass man dann einige, ein bisschen weiß, was abgeht, und einige Facetten ein bisschen besser beachten kann, aber, ein bisschen langweilig fand ich ihn schon, nicht schlecht, dafür ist er viel zu gut gemacht, und hat viel zu gute Punkte, gerade was die Atmosphäre angeht, aber, er hat mich halt auch nicht so riesig gefesselt, obwohl es cool war, Glenn mal in einer anderen Rolle zu sehen, aus Walking Dead, von Steven Yun, aber, wie gesagt, an sich wirklich großartig gemacht, aber hat mich nicht abgeholt, ähm, ist bei Slow-Burns Sachen und mir immer so ein Thema, manche Slow-Burns, die funktionieren voll, und dann brennen sie richtig, und manche, ähm, ja, ist halt Aufwärmung, klingt jetzt fieser, als es ist, also, definitiv an sich, ein wirklich stark gemachter Film, aber, manchmal muss man vielleicht auch für sowas, auf sowas gerade Bock haben. So, dann gab es, äh, ebenfalls von der Börse in Neuss, mhm, Day of the Dead, das, ja, Remake, mhm, naja, es ist halt nicht wirklich ein Remake von Day of the Dead, mhm, ne, Steve Miner, der ja auch, ne, eigentlich Slasher-Spezialist, so ein bisschen war in den 80ern, ähm, ja, inszeniert hier quasi seine, eigene Zombie-Geschichte, und das Ding heißt halt Day of the Dead, spielt nicht mehr in derselben Welt wie Romero, hat auch mit dem Originalfilm nicht viel zu tun, geht hier einfach darum, äh, ne, ne, eine Militäranheit soll hier eine Straße absperren, weil da wohl irgendwas im Gange ist in der Stadt, soll ein bisschen kontrollieren, was da rausgeht, und, ja, aber bumm, wir kennen das Thema halt, ähm, Zombie-Apokalypse auf einmal bricht aus. Und, ja, der Film ist nicht sonderlich kreativ, er ist auch, sieht halt recht günstig aus, das ist immer so ein bisschen das Problem von Produktionen, die Ende der 2000er, kurz vor 2010 entstanden sind, das Remake ja von 2008, ja, die sehen halt, wenn sie günstig produziert sind, halt auch wirklich günstig aus, ne, da kann heutiger, ähm, Amateurfilmer, der gutes Equipment hat, der sieht das besser aus, weil das ja alles digital gefilmt ist, ne, aber unabhängig vom etwas günstigen Look, ähm, war der unterhaltsam, kein Meister, also bei weitem nicht so ein Meisterwerk wie das Original, Day of the Dead, aber unterhaltsame Zombie-Ware, also nicht so wie Dead, äh, Z, wie ist der, glaube ich, ich habe vor nicht mal drei Minuten über den Film geredet, Michael J. White im Zombie-Filmeinheit gedönst, das macht hier Day of the Dead, das Remake, für mich tatsächlich besser, ähm, wie gesagt, kein Meisterwerk, aber durchaus grundsolide und unterhaltsam, ich habe viel, 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 viel Schlimmeres erwartet, vor allem, weil ich Day of the Dead Bloodline, vorher gesehen hatte, der war, der war wirklich scheiße, nö, hier das war unterhaltsam, ne, Mena Suvari, äh, als, ja, äh, in der Hauptrolle, ähm, ist jetzt nicht ihre beste schauspielerische Leistung, aber, ach, das war insgesamt unterhaltsam, ne, teilweise recht blutig, ne, gut, die Zombies, dass die auch wieder super schnelle, agile Monster sind, naja, aber, hat Spaß gemacht, war schön blutig, durchaus spannend, so inszeniert, ohne wirklich jetzt irgendwo besonders aufzutrumpfen, ne, aber gerade, was meine Erwartungshaltung war, dass das eine absolute Gurke wird, ähm, da war ich positiv überrascht, muss man sagen. So, dann gab es noch, jetzt muss ich hier nochmal schauen, oh, noch drei Sachen, weil eine habe ich vergessen aufzuschreiben, äh, ich hatte mir, ja, obwohl, brauche ich eigentlich viel zu sagen, habe ich ja vorhin schon, man merkt, ich habe das hier voraufgenommen, bevor der Update-Part kam, äh, zu Berlin Alexanderplatz, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, hm, dann kommen wir zu Der Vagabund, mit Charlie Chaplin, Kurzfilm, aus der, hier, ja, The Mutual, äh, Mutual Films Collection, mit seinen Filmen, die er bei der Mutual Company gemacht hat, ähm, ja, ne, ist auch eine nette Slapstick-Angelegenheit, nur auch ein bisschen, man merkt hier schon, ne, Chaplin hat ja irgendwann auch, nicht nur viel Comedy, sondern auch Herz mit reingebracht, das hat er hier auch schon, ja, war unterhaltsam, ne, keiner von Chaplains stärksten Film für mich, aber, hat Spaß gemacht, ne, ist natürlich, äh, mit einigen, ja, ist halt von 1916, natürlich einige Sachen, ne, mit dem Umherziehen, ja, blöd gesagt Umherziehen, das folgt, was er damals so ein bisschen dargestellt, haben, das, mhm, mhm, ist, ist halt schon ein bisschen aus seiner Zeit, aber wie gesagt, das Herz funktioniert in dem Film, ne, mit der, ein bisschen, ja, romantischen, den romantischen Parts, der Humor passt auch, gibt aber bessere Kurzfilme von Chaplin, auch Langfilme, und als letztes, ja, Comedy-Klassiker, Airplane, die verrückte Reise, ne, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, und das ist natürlich ein Comedy-Klassiker, braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, Leslie Neal sind absolut großartig als Bordarzt, der Autoprelot, absolut Bombe, es ist halt ne Abrams-Sacker-Produktion, die ist halt, wer die kennt, der weiß, was einen erwartet, und die Dinger machen halt Spaß, und Airplane zählt ähnlich wie die nackte Kanone und so, wirklich zu den absoluten Kult-Sachen, die die produziert haben, und Hotshots, aber, ach, mir gehen gerade ganz viele Szenen durch den Kopf, und der Film ist halt wirklich cool, super lustig, und ein Komödien-Klassiker, aber ich glaube, die meisten von euch kennen den Film tatsächlich schon, wenn nicht, nachholen, auch gut, geht gleich dann weiter, aber jetzt, das war es erstmal für, bis zu diesem Standpunkt, Zeitpunkt mit den, mit der Watchlist, wie gesagt, gleich geht's weiter, ja, dann machen wir auch gleich mal weiter mit dem nächsten Part der Watchlist, ja, da ist jetzt nicht sonderlich viel, einmal habe ich Blitz, ich muss hier mal schnell auf meine clevere Liste gucken, hab ich Blitz mit, wo ist sie denn jetzt da, Blitz mit Jason Statham geguckt, und ich dachte eigentlich erst, dass das ein Actionfilm ist, ist eher ein Cop-Thriller, ähm, und, ja, war ganz unterhaltsam, nichts Großartiges, aber, ja, gute, solide Thriller-Kost für zwischendurch, ne, halt mit Jason Statham, ne, geht ja auch um einen Cop-Killer, und, na gut, es war schon sehr lustig, dass Aidan Gillen hier den Fiesling spielt, na, den kennt man ja schon aus Game of Thrones als Littlefinger, ja, war aber, wie gesagt, ganz unterhaltsam, ganz nett, ne, aber nichts, ja, to ride home about, sozusagen, ja, dann, ging's weiter mit einem, ja, klassischen 80er-Jahre-Slasher, Camp des Grauens 3, ne, Teenage Wasteland, und, na ja, der dritte Film mit, ja, Angela, unserer, äh, Slasher-Königin, joa, was soll man groß sagen, äh, in der Unrated-Fassung, ne, durchaus an einigen Stellen ein bisschen blutig, aber, ja, ich sag mal so, ist ähnlich halt der zweite Camp des Grauens schon, ne, das ist gar nicht, bei weitem nicht so brutal oder kultig oder so, wie die ganzen Freitag der 13. Filme, meinetwegen auch die Halloween-Filme und andere 80er-Slasher, ist nett, kann man sich gut angucken, ist unterhaltsam, wie gesagt, in der Unrated sind die Kills, die es gibt, auch blutig, ne, ähm, und auch sehr kreativ teilweise, ne, also definitiv noch ein bisschen blutiger und kreativer als im zweiten, dafür sind es ein paar weniger als im zweiten, also, vom Bodycount her, kann man sich ganz gut angucken, Fans von Spät-80er-Jahres-Slashern, dürfen auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ja, und als drittes gab es dann, ne, das war's dann auch mit der Watchlist für diese Woche, aber für den parkt jetzt hier kurz, äh, Shockwaves, ne, Nazi-Zombies, Nazi-Zombie-Supersoldaten mit, äh, unter anderem Peter Cushing, und Cushing natürlich eine absolute Legende, ähm, ja, er hier als Nazi-Kommandant, der sich da auf der Insel verschanzt hat, äh, und über seine Nazi-Supersoldaten da quasi wacht, äh, die Story ist schon schön Banane, man muss den Film eins lassen, er versucht die Zombies, oder diese Supersoldaten hier schon ganz cool zu inszenieren, ne, und, ja, ich meine, ein Film, äh, jemand wie Cushing, der, ne, oder auch, äh, nämlich David Carradine, jetzt muss ich gucken, welcher Carradine es war, ich vergesse das immer, hier kann ich ihn ja mal schnell hier rausholen, äh, ah, das ist immer blöd, wenn man das so von hier macht, ähm, ne, John Carradine, ne, sind natürlich durchaus bekannte Darsteller, ähm, wie gesagt, ist an sich auch irgendwo cool der Film, weil er sehr auf Atmosphäre baut, ne, und sich langsam aufbaut, wie gesagt, die, ne, Zombies hier eher cool erscheinen lassen möchte, dass die auch so einen gewissen, ja, einen gewissen Stil hat das Ganze, ist recht atmosphärisch, man muss auch was sagen, ein bisschen trantütig, ne, man muss ja nicht immer gleich einen super Splatter-Film haben, aber, mh, auch wenn die Atmosphäre und der Score an sich ganz cool sind, es ist jetzt kein, äh, herausragender Grusler, und für einen Zombie-Film ist es halt, ja, ein bisschen zu dröge teilweise, also, naja, ist durchschnittlich, aber hat schon einen gewissen Kultfaktor, den kann man dem Film definitiv nicht absprechen, deswegen, aber wenn er nicht überragend ist, kann man den sich auch durchaus mal angucken, ne, also ich habe ihn jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen, ist in Ordnung, sagen wir es mal so, ja, das war es eigentlich auch schon mit der Watchlist für, ja, meiner Sicht jetzt aus dieser Woche, kommt sicherlich noch ein bisschen was, ne, bevor es dann weitergeht, so, da ist er, er hat die WC, also er hat Würfel geholt, ne, ich muss jetzt hier mal gucken, wo der W10er ist, brauchen wir den, ja, hier ein W100 geht auch, ähm, schönes Cthulhu Design, ohiuiui, ne, hier, ne, man sieht den 90, 10, und so weiter und so fort, 30, zieht man halt 0 ab, und die 00, ähm, das wäre dann quasi, die 10, tatsächlich, hier, ne, 00 wäre die 10, er kommt jetzt in diesen Cthulhu Würfelbecher, und da geht's dann gleich los, wir müssen ja erstmal gucken, wer hier überhaupt welche Nummer hat, ne, hat auch wieder den Vorteil, dann seht ihr auch, dass ich hier nicht irgendwelche Namen auf einmal rausgenommen habe, oder sonst was, also, wer ist noch im Rennen, ne, falls ihr da noch nicht die Übersicht habt, dass ihr noch nicht rausgeflogen seid, hier haben wir einmal Goji Movie, mit der Nummer 3, 5, Gottes Willen, mit der 5, da kann man ja eine Schrift hier nicht lesen, eine 5, also soll eine 5 sein, ihr seht bei der 3 dann vielleicht den Unterschied, dann haben wir Raiko Petzold, das passt ja, Raiko hat die 3, ich lege mir das hier auch mal hin, na, jetzt ist das Ding hier zu, Lumpensack voll, wo geht denn der da, so, Raiko die 3, Goji die 5, wen haben wir denn, ey, haut hier einer ab, ist das, wenn man das hochhalten möchte, dass ihr seht, dass man da nicht so bescheißt, dann haben wir, Movie & Music Collector 61, mit der Nummer 9, ich hoffe, dass Minato jetzt nicht kommt, und das alles durcheinander bringt, dann, Michka, mit der Nummer 4, möchtest du das halten, Schatz, haben wir hier eine Fee, eine Lotto-Fee, oder eine Gewinnspiel-Fee, mit der 10 haben wir Resi Schmelz, hier, Resi, Sack, Mann lässt der Typ sich was einfallen, in Anführungsstrichen, Pekka 007 hat die 2, die 1 hat der Tunnelbohrer, vor allem auch alles wirklich treue Abonnenten, das ist, das freut einen denn immer, dann haben wir, Peter Schork, mit der Nummer 8, die letzten beiden habe ich jetzt, uns fehlt noch die 6, und die 7, Phil Rogers hat die Nummer 7, und der gute, haben wir hier, René Lepa, hat die OIPS, Nummer 6, so, der W10 ist hier drin, also, ich kann noch mal zeigen, hier, kein Schnitt, keine Tricks, das ist der W10, dieses Symbol hier, ist dann quasi die 10, und die 10 ist die 1, das ist halt bei einem W100 so, hier, muss man hier ein bisschen, vernünftig durchgrütteln, damit das passt, und gewonnen hat, die, muss ja aufpassen, dass das hier nicht, das kippe ich das mal ein bisschen, die 3, sieht man es, ich mache das jetzt mal hier so, die 3 hat gewonnen, das ist, Raiko Petzold, ja Raiko, du hast das kleine Mystery Paket gewonnen, dann, schreib mir per Mail, steht ja in der Kanal Info auch drin, schreib mich einfach an, dann, wohin ich das Ganze schicken soll, ich habe das Bild von dir gesehen, du bist 18, ich traue dir da mal, wie gesagt, dann schicke ich dir das Paket, sobald ich von dir die Adresse habe zu, und wünsche ich dir viel Spaß mit, ja, und ich danke natürlich allen, dass sie mitgemacht haben, und ja, nicht nur mitgemacht haben, sondern auch wirklich für die, die ganze tolle Unterstützung, die ganzen Glückwünsche, die ganzen Kommentare, die ihr auch nicht nur jetzt, sondern auch teilweise schon über Jahre, immer schon auf meinem Kanal gelassen habt, und ja, ich hoffe auch, dieses kleine Rumgespiele hier, hat euch ganz gut gefallen, als Auslosung, ich wollte jetzt nicht, wie Christian zum Beispiel, Christian hatte, also Mr. Schrotti 11, hatte ja so ein automatisches Programm laufen lassen, ah, das wäre mir wieder zu riskant gewesen, mir persönlich, dass denn da irgendjemand wieder gewinnt, äh, zum Beispiel, der geht die Kommentare durch, und sieht dann, oh, der Moviepicker gewinnt jetzt, und dann macht man es nochmal und nochmal, dachte ich mir, ich mache, versuche das mal so, ich hoffe, es hat euch gefallen, und ja, wie gesagt, also herzlichen Glückwunsch, Raiko, vielen Dank, dass du es hierhin wahrscheinlich durchgehalten hast, oder so vorgeskippt hast, weiß man ja nicht, nein, wie gesagt, das vergeht, ich habe mir doch schon eine schöne Liste gemacht, was da alles reinkommt, das verrate ich dir nicht, soll ja ein kleines Mystery-Paket sein, ähm, wie gesagt, schreibt mich an, Mail steht ja hier irgendwo in der Kanalbeschreibung auch drin, sonst, ähm, ja, kriegen wir das irgendwie, ähm, ne, dann schicke ich dir das Paket, und ich hoffe, du hast dann viel Spaß mit, und wie gesagt, an alle anderen, nicht traurig sein, da wird sicherlich, ne, wenn man den nächsten Meilenstein erreicht hat, sicherlich nochmal so eine kleine Auslosung, oder sowas in der Richtung kommen, ja, und dann bin ich tatsächlich auch durch, war ja nichts weiter mit der Watchlist, die ganzen Kladderadatsch haben wir abgearbeitet, ne, was so schön diesen Monat in die Sammlung gekommen ist, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ne, und, ja, wie immer, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Filme fandet, ne, die wir in uns in die Sammlung geholt haben, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das mit dem Gewinnspiel fandet, gratuliert Reiko, dass er gewonnen hat, ähm, ne, wie gesagt, ich hab ja auch allen viel Glück gewünscht, ähm, ne, weil ich wusste, das wird irgendwie mit dem W10 zu tun haben, und mit Ü-Eiern, die Idee hatte ich halt, äh, das ist dann halt auch pures Glück, ähm, ja, ne, haut mir das in die Kommentare, und ansonsten, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020